mal gucken ob jemand reinkommt wir warten einfach mal hier ruckelt ein bisschen hallo hallo kann mich jemand hören sehen geht ja noch nicht da ist ein zuschauer hallo zuschauer einen wunderschönen abend wünsche ich dir ich habe mich noch nicht zum spiel entschieden vielleicht ein bisschen ich würde gern kubi faktorium spielen weiß noch nicht genau wenn ich allerdings nach den klickzahlen auf meinem buch was habe ich jetzt gedrückt läuft der stream noch ja gut falsch das tatur auf dem schoß gehabt so dass die richtige wenn ich noch mein klickzahlen auf den kanal hier müsste ich eigentlich hier project 5 weiterspielen war wo ist es hin das da bin mir unschlüssig sag was warte mal sehe ich hier schnell was auf meinem na zumindest läuft hier irgendwas ach komm wir starten einfach das andere hier wo ist es hin da kubi faktorium machen oder geht zuschauer wieder weg schluss zuschauer war schön mit dir dann spielen wir jetzt kubi faktorium wir wollen in ja in groß spielen und in wunderschön und auf dem ersten display hau mal rein willkommen hier zum wahrscheinlich letzten livestream auf youtube denn youtube ist nicht so dolle zum stream habe ich festgestellt es ist immer sehr umständlich da irgendwas einzustellen auch da irgendwelche dass man dass man das ein bisschen vorplanen kann das finde ich ganz okay schön dass wir jetzt ein dunkles bild hier haben alles klar da kommt die musik kann ich kurz sehen wie weit hier ausschlägt zu laut zu leise oh das geht können wir sogar noch ein bisschen lauter machen ja ich denke so ist okay ne so äh und da ist ein zuschauer wieder hallihallo einen wunderschönen guten abend wir spielen heute kubi faktorium vielleicht ein zwei stündchen mal gucken äh wir fangen direkt mit der kampagne an ich habe es schon mal ein paar abende gespielt ich fand es super ähm ich würde sagen es ist eine mischung aus ja wie soll man es nennen banished faktorium und ähm anderen dingen wir schauen mal äh neue kampagne wir wollen eine riesige karte und wir nehmen wir schon ein bisschen holz ne die holzteile brauchen wir nicht eigentlich können wir uns alles wir nehmen lieber acht leute insgesamt ne acht menschen sind am anfang gut damit starten wir und dann schauen wir einfach mal wie wir uns so entwickeln achso habe ich fortsetzen gemacht ich wollte eine neue karte haben mein fehler oder kann ich jetzt von daraus anfangen ach ne okay alles klar weil ich habe nämlich die anderen drei inseln ich habe sogar die inseln auch schon mit erledigt gehabt dann fangen wir hier an bei der ersten insel äh diese insel ist reich an holz und stein hat aber keine mineralerze ja ist nicht so schlimm die kriegen wir erst noch später da war ich auch selbst noch nicht ich persönlich würde mir wir machen erstmal ganz kurz pause doch wieder ein stück leiser machen oder wenigstens nur bei mir ja so ist gut ähm was wollte ich kurz erzählen ja genau ich würde mir wünschen dass es eine wirklich eine komplett große karte ist und nicht so eine kleine insel also in anführungsstrichen aber da kommen wir später noch zu wir haben hier also acht leute und unsere markierung innerhalb dieser markierung können wir natürlich bauen und wir haben ein lagerfeuer was halt diese markierung ist ne so wir müssen als erstes mal ein paar jobs zuweisen das ist hier kolonistenmanagement das ist sogar noch drinnen von meinem warum das denn ne das ist nicht meins kann ich die alle mit einmal weg machen da kommen wir gleich zu wer hat denn das hier eingestellt machen wir gleich machen wir gleich bin gleich wieder da schön daneben geklickt klick 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 so äh wir haben hier oben ein paar aufgaben und wir haben werkstätten steht ja auch drüber klar wir müssen denen natürlich sagen wer was machen kann anhand dieser vierecke hier drinnen können wir erkennen wie gut die schon in diesem job sind also er hier zum beispiel ist ein relativ guter mittlerer krieger und kann mittelgut was abbauen er ist nicht so ein guter farmer er ist gar kein viehzucht irgendwas kann er aber lernen dauert nur ein bisschen und er kann ein bisschen strom machen denn wir können später auch kolonisten und tiere halt auf ein laufband schicken um strom zu produzieren da kriegen wir später noch schweine zu so weit war ich allerdings auch noch nicht aber ich habe das irgendwo gelesen ähm genau hier zum beispiel brunnen brauchen wir für wasser das ist schon mal ganz wichtig wir brauchen einen brunnenträger und dann nehmen wir gleich ich würde sagen viehzucht kommt noch später da ist er hier nehmen wir den hier er wird unser brunnenmann und er und er das werden unsere abholzer haben wir schon mal zwei abholzer und einen so einen typen der wasser immer holt äh abbauen wir wollen erstmal alles hier abbauen was auf unserer insel ist so markiert und natürlich ein bisschen schneller bis jetzt fangen die an abzuholzen und das da hinzulegen wir machen erstmal hier einen lagerplatz machen wir nicht wir bauen erstmal gleich einen brunnen glaube ich wir haben gar keine steine ach warte wir haben hier noch was drin aber jo hier ist noch ein bisschen wasser drin hier sind noch ein paar steine drin das ist ganz gut denn steine brauchen wir für lagerfeuer äh warte mal was ist denn muss ich hier eigentlich noch kurz auf meinem anderen monitor muss ich hier noch was einstellen ich glaube ich muss hier noch ein spiel hinzufügen machen wir einfach mal warte ganz kurz ich bin sofort da probifaktorium hat er das angenommen? hat er? falsche maus? da und speichern bitte das sollte jetzt gehen wo ist denn jetzt meine ist immer hier rüber gezogen? oh ist gut der große war cpu alles klar ähm so da bin ich wieder die wollen natürlich ein Haus haben und die wollen sich unterhalten können kommen wir später zu wir brauchen den Brunnen erstmal können wir schon den Brunnen bauen Brunnen den setzen wir einfach mal hier hin was fehlt da? kein Ausgangslager und kein Bauarbeiter doch einen Bauarbeiter müsste ich doch schon gemacht haben achso richtig einen Bauarbeiter nicht den Typen der Wasser holt sondern wirklich den Bauarbeiter das sind die hier wer kann dann gut bauen er kann gut bauen damit haben wir jetzt einen Bauarbeiter toll es regnet ähm was braucht er noch? Ausgangslager der muss natürlich wissen wo er das Wasser einlagern soll das heißt wir machen ihm einen Lagerplatz und zwar machen wir erstmal weil wir noch nicht so viele Leute sind zweimal zwei und dann sagen wir ihm linke Maustaste anvisieren und rechte Maustaste auslagern und dann müssen wir dem Lager noch sagen ey du ja okay ist schon markiert hier darf nur Wasser rein so und jetzt weiß derjenige der hier arbeitet okay Wasser kann ich hier drin ablagern wir können nachher irgendwo auf der Karte noch andere Lager machen können ihm sagen pass mal auf von dem Lager bitte auch in die andere Lager verteilen und dann machen die das funktioniert gut macht auch Spaß ähm braucht der noch was? warte auf den Bau ja wo ist denn jetzt unser Bauherr? unser Baumeister ich nenn ihn Bob okay er heißt Markolf los tu was für dein Geld das glaubt er braucht Steine ne? warte mal wir machen erstmal hier ähm alles entladen und dann gucken wir mal guck mal hier neue Gebäude freigeschalten Lagerfeuer Fundament Fundament äh Steinstraße Basiswerkstatt und Brunnen wie wir unseren Brunnen gerade schon gebaut hatten und dann fängt er auch schon direkt an Wasser einzulagern die anderen saufen natürlich gleich und wenn er nämlich fertig ist mit äh wenn das Ding voll ist dann macht er irgendwas anderes in seinem Fall würde er dann noch äh Dinge transportieren also Dinge transportieren mach ich immer bei allen an also fast bei allen später wenn die ein bisschen größer werden dann hab ich zum Beispiel bei den Brunnenmenschen ne warte bei den Farmern die Farmer die waren am wichtigsten äh hab ich dann das Transportieren weggenommen ich hatte irgendwie dann irgendwie knapp 30 Leute oder so da kann man schon recht viel mit machen ich frag mich übrigens immer ob mein einer Zuschauer den ich da habe ob ich das immer selber bin mach dich doch mal irgendwie bemerkbar wenn ich nicht selber bin das wär echt nett aber musste natürlich nicht ist kein Zwang find's schön dass du trotzdem da bist äh Vorratsziele genau auf dieser Insel müssen wir produzieren äh 20 mal abgebauten Ton den kriegen wir hier später raus äh Milch müssen wir produzieren das heißt wir müssen uns nachher die Kühe dann züchten Erdbeeren Tomaten und Weizen Weizen müssen wir mal gucken wo wir den anbauen den können wir nämlich leider nicht überall anbauen äh hier gibt's eine Holzfarm die normale Farm die Weide wie gesagt der Lagerplatz das ist zum Abreisen ähm so wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal Steine finden das bedeutet wir brauchen erstmal Lagerfeuer L-l-l-lagerfeuer und dann gehen wir einmal in die Richtung und einmal hier am Strand entlang in die Richtung und auch mal nach hier oben und dann gucken wir mal hier unser Baumeister rennt hier rum ich glaub du bist doch der Baumeister war jo hier Markov Markov wir rüber wir sollten mal ein kleines Lager machen für die machen wir nochmal so und dann sagen wir genau hier kommen die Holzscheite rein jetzt räumen die nämlich mal ein bisschen auf sehr gut da sind schon Steine das ist schön das freut mich können wir auch gleich äh dezimieren das andere lassen wir mal hier noch wir brauchen zwar nachher Platz aber ich möchte erstmal jetzt mal Blumen die brauchen wir später für Tee war das Tee oder war das Farbe? ne ist es für Tee Hallo Hallo Christian einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir oh es sind schon zwei Zuschauer ihr vermehrt euch äh so Holzlager ist voll wird natürlich immer voller können wir erstmal lassen hopper die räumen noch ein bisschen weit weg äh wir bauen gleich noch ein paar Lagerfeuer wir müssen uns ausbreiten wie so ein Virus so wie es der Mensch eben tut mäh mäh Dankeschön der Penta okay wir bauen erstmal einen Rastplatz glaub ich war das ein Rastplatz? ähm Rastplatz ja es war ein Rastplatz da können die dann äh wie der Name spricht rasten aber viel wichtiger ist die können sich da unterhalten wohnen können die da noch nicht ja komm wir machen den hier am Wasser ne wir machen den ein bisschen da hin wird hoffentlich später mal mittig was ist hier? Holzbrett okay wir müssen jetzt mal Holzbretter bauen heißt wir brauchen eine Basiswerkstatt eine Basiswerkstatt so dann machen wir das gleich so ähm das Holz aus dem Lager kommt hier rein und und dann kommt hier so das kommt da rein und zwar machst du Holzbretter und wir brauchen noch einen Arbeiter äh das ist die Basiswerkstatt wer kann denn das gut? toll der Brunnenmacher und einer von denen hier warte mal machen wir das so so und so dann haben wir trotzdem zwei Leute die wieder abbauen und ernten und hier ein Basiswerkstatt Mitarbeiter was hat er? achso ja genau ich muss dem Lager ja noch sagen ey du Holzbretter so sollte laufen Entschuldigung ich kann ja ranzusen ganz vergessen siehst du dann macht er Holzbretter wunderschön äh legst du das auch nachher hoch? ja das werde ich machen das wird schon laut bei mir warte wie ist bei euch die Lautstärke? ist es zu laut oder? ja also ich nehme das hier nebenbei auch noch auf und bearbeite es dann kurz ein bisschen schneide vorne und hinten noch ein Stückchen was weg je nachdem ja bis die spannenden Dinge passiert sind oder auch nicht äh und dann lade ich das als ganz normales Video bei YouTube auf dem ganz normalen Kanal hoch so wie die anderen Livestreams alle müsste irgendwo eine Playliste sein achso ja genau ich habe zu weit rausgesoomt und äh da können wir halt die ganze Insel schon mal sehen und hier oben sind noch ein paar Kolonisten wenn ich das richtig sehe ne Schweine doch hier ist ein Kolonist und da alles klar hier holen wir uns natürlich ja toll danke äh äh was das ist denn so? äh denn so? w-w-w-was ist denn so? habe ich schon wieder irgendwas gesagt was ich selbst nicht mitgekriegt habe? tut mir leid ich bin immer sehr verwirrt ähm so hier könnt ihr nochmal abholzen Jo Lagerfeuer ausbreiten ausbreiten und hier auch nochmal ausbreiten da geht es auch noch ein bisschen weiter dann setzen wir da noch Feuerchen hin achso wir machen mal eine Farm äh eine Farm und zwar würde ich sagen ja das war aber eh gleich alles weg dann machen wir die eine Farm und vielleicht noch daneben die andere Farm äh ich muss gleich weg weil ich morgen arbeiten muss ach du armer aber kein Problem leider geht Arbeit vor und real life aber ich kenne das ich hab zum Glück Wochenende aber mein Arbeitstag beginnt inzwischen immer auch sehr früh aber ab Montag darf ich endlich wieder mit dem Auto fahren yay der Monat ist rum trotzdem habe ich mich dazu entschieden weiter mit der Bahn zu fahren damit kann ich nämlich im Jahr glatte 2300 Euro sparen und der Umwelt kommt es auch noch zugute und bei mir wäre es nicht mal schlimm wenn ich mir einen Elektroroller kaufen würde weil ähm mir kann einer erzählen wegen der Umwelt wie er ans Vater möchte aber wenn ich täglich 160 Kilometer mit meinem Diesel fahre ist das nicht umweltschonender als wenn ich mit dem Tretroller die 20 Minuten bis zum Bahnhof fahre ähm so wir wollen hier einmal Tomaten und einmal Erdbeeren da fehlt dann Ausgangslager Lagerplatz ja wir wollen viele Erdbeeren und viele Tomaten so du gehst da rein du gehst da rein euch fehlen noch Arbeiter ne wir holen uns mal zwei Farmer hier sind die Farmer natürlich unser ja komm ist egal wir nehmen den da nein du bist du arbeitest da das mag ich nicht das ist der Brunnenmann komm wir nehmen euch beide dich nicht dann nehmen wir dich noch mit dazu zwei Farmer sollten auch ausreichend sein dann machen wir noch irgendwo ein Steinlager eh 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 huch was steht da Umzüge du ziehst um also bist du Umzugsunternehmen oder generell Privatumzug jetzt warte Steinlager noch schnell machen Steine Stein dann holen die nämlich mal die Steine hier weg oh oh hier ist Weizen sehr gut da kommt da gleich noch ein Lagerfeuer hin da ist es doch weil Weizen kann man nur auf so bestimmten Boden anbauen ach genau und hin und wieder stehen hier auch mal Kisten ob die kann man auch abbauen da sind meistens Werkzeuge drin oder irgendwas Kämpfen kann man auch das Briefate kenn ich nicht muss man das kennen tut mir leid ich komm vom Dorf das schon inzwischen seit ne Menge Jahren ich bin gespannt guckt der auf den Chat ok ähm oh hier sind noch Steine das ist gut die nehmen wir mal alle mit hier eben mal durchgezogen ja bauen wir hier ein bisschen was ab komm wir nehmen alle mit zack und hier und hier kannst du alles abbauen wir nehmen alles wir sind Menschen wir kennen es nicht anders Lagerfeuer zack wo noch mal eins hin hab ich hier jetzt noch ein Lagerfeuer ne hab ich nicht warte 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 äh was haben wir hier Pferdebahnhof Scheune und Trainingspuppen ja Trainingspuppen brauchen wir glaube ich später erst ähm den Pferdebahnhof habe ich auch noch nicht gut benutzt Vorratsziel erreicht geerntete Erdbeeren sehr gut wir müssen glaube ich dieses nach das Lager muss größer werden in dem das Lassaton Holzscheit wir können eine kleine Baumfarm machen private Umzüge ja alles klar ist glaube ich kein angenehmer Job so immer irgendwelche Schränke und Kisten schleppen da war es bestimmt ordentlich Muckis nicht so wie ihr Kinder früher hatte ich auch noch Muskeln als ich noch auf dem Bau gearbeitet habe dann bin ich ins Büro gekommen ach hör mir auf aber ich habe einen tollen Drehstuhl damit kann ich mich immer im Kreis drehen hui ähm was wollte ich tun? eine Baumfarm okay dann warten wir erstmal ob das Statt hier fertig ist hier kommt schon mal ein bisschen Ton bei raus zu weit ähm Holzbritter wollte ich noch machen okay das ist der Ton Holzscheit 45 ähm Lagerplatz vergrößern geht übrigens in dem Fall wenn man hier rein klickt also in das Bestehende dann können wir einfach so und dann ist es größer ganz ganz einfach die holen sich hier auch Wasser das ist gut wie gesagt hier auf der ersten kleinen Insel da ähm ja kann man alles noch ein bisschen dicht beieinander lassen später wird es ein bisschen größer dann kann man noch ein bisschen ein paar Zwischenlager bauen ach ja Häuser können wir schon Häuser bauen? wir haben doch jetzt schon äh Holzbretter ne? Haus Steinblöcke braucht der ui dann müssen wir noch eine Steinverarbeitung machen aber wir machen erstmal den Holzkreislauf und zwar machen wir den warte mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben sieben ist okay glaube ich jedenfalls wir machen es mal so Mist übersehen äh Lagerfeuer da bitte und dann kannst du abgerissen werden ich hoffe das geht ich hoffe die bauen das erst und reißen es dann ab und du machst Eiche war das ne? genau Eiche bringt nämlich zwei Holzscheite was haben wir noch? äh ah ich hab hier letztens nämlich gefragt wie ich Kakao anpflanzen kann ich hatte nämlich ne Insel und da hab ich schon gedacht dass das ein Fehler ist weil ist ja glaube ich noch Early Access und da hab ich gedacht das ist ein Fehler dass ich da schon raufkomme weil ich hatte gar kein Kakao und sollte aber als Vorratsziel irgendwie Kakao machen aber jetzt verstehe ich das mit dem Holzscheit und Kakaobohne Ui nicht schlecht Holzscheit Holzscheit Drei? können wir die da anpflanzen? ich meine brauchen wir eigentlich nicht weil so viel machen wir jetzt mal eins dann kommt einer frei eins einer frei ja ok passt super den ziehen wir hier noch kurz gerade zack dann kommt da nämlich auch noch einer hin siehste achso Ausgangslager hier dann brauchen wir noch ein Lager für den Ton gucken wir einfach mal genau da ist er schon da drinne äh abgebauter Ton ich hoffe wir haben auch hier genügend Ton drinne weil sonst können wir unser Vorratsziel nicht erreichen der Reg ist mir ein bisschen laut wir machen uns mal hier noch so ein so ein Kumpel hier so ein Abholzer weil äh das nimmt alles sehr viel in Anspruch das kann alles weg zack 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 das auch da haben wir Steine die werden dann langsam da reingebracht von unseren Transporteur Leuten hier unsere Umzugshelfer mhm ähm Lagerfeuer nochmal da so und da so dann gehören uns nämlich die anderen beiden äh Leute da hinten noch dann haben wir so zwei mehr und ich glaube die Schweine müssten uns auch schon gehören bei den Schweinen bin ich mir noch nicht so sicher ob die schon vernünftig fertig programmiert sind weil die nämlich auch hier in der Kolonistenübersicht äh erscheinen allerdings haben sie nur äh Stromerzeugung und Dinge transportieren ich denke nicht dass sie Dinge transportieren können für die Stromerzeugung macht Sinn klar aber dann würde ich die nicht beim Kolonistenmanagement mit drin haben oder ich finde es auch ein bisschen eigenartig wenn man später die Tiere halt ähm in der Farm halt drin hat und man reist zur nächsten Insel weiter nimmt man ja alles mit was man gebaut hat und alles was in den Lagern ist aber die Tiere nimmst du komischerweise nicht mit außer die Schweine weil die im Kolonistenmanagement sind aber das ist ganz merkwürdig aber da kommt bestimmt noch was bin mir sicher äh achso Lagerfeuerhammer gut guck wir haben die Leute wir haben die Schweine alles klar jetzt geht's ab guck hier sind die Schweine ihr braucht allerdings nichts machen oder transportieren die doch wir lassen es mal an vielleicht bringt es ja was äh wir haben schon zwei zwei Seiten die habe ich wie vorhin nicht gesehen upsie äh wir können natürlich auch Sortieren machen ne jetzt haben wir hier nach Stärke der Kämpfer sortiert dann hier Baumeister ja ist okay unsere Farmer sind auch ganz weit oben hier unsere Tierlieben äh Strom haben wir nicht unsere Transportierleute der Brunnenmensch und er hier ja und andere Werkstätten haben wir noch nicht wir haben hier noch Textil und Bäckerei und Brauerei und Upgrade Werkstatt da werden die ja wir kriegen irgendwie alles alles freigeschalten ähm warte wir machen einmal Karlschlag hoffentlich dass jemand Karl heißt ähm ja brauchen wir alles nicht zwangsläufig also wir haben Farmen wenn irgendwann mal also wie gesagt unsere Kolonisten können auch nicht verhungern zumindest jetzt im Moment vielleicht kommt das später auch noch anders was brauchen wir noch? ach Milch bedeutet wir müssen äh genau ich wollte noch die anderen Steine machen also wir brauchen noch eine Basiswerkstatt und Milch ey Basiswerkstatt machen wir direkt hier ran machen wir diese anderen komischen äh Steinblöcke so da rein und dann machen wir hier ein bisschen Stein für die nächste Insel schonmal Jo Steinblock ähm dann würde ich ganz gerne noch einen zweiten Menschen hier drin haben wollen und zwar nehmen wir dann den hier war Isbert ja das sieht doch okay aus man wir haben ja fast alles äh freigeschalten großes Leuchtfeuer naja klar weil wir jetzt den ersten vernünftigen Stein haben genau die brauchen wir auch gleich für die nächste Insel weil ähm da brauchen wir nicht so viele von den kleinen Lagerfeuern sondern können etwas also die sehen optisch gleich aus aber haben halt einen größeren Radius und dann brauchen wir effektiv weniger davon und die Karte ist nicht so zugemüllt dies ist ganz praktisch sich also praktisch auf der ersten Map gleich ähm diese Steine zu machen auch Holzblätter sowieso brauchen wir ja da kann man da in der nächsten Runde gleich loslegen und ich glaube die Häuser brauchten auch Steine ne die Häuser brauchten nur Holzblätter wa die wollten wir vorhin eigentlich machen komm wir machen mal zwei Häuser hier hallo eins ja ich lass mal lieber eins frei dazwischen und welche Leute waren wir eins zwei drei ich glaub zehn sind hier auf ner Seite zwölf dann brauchen wir drei Häuser passt dann sind die wenigstens gleich mal alle glücklich ey hier liegt noch Zeugs rum Leute ihr könnt hier noch Dinge einlagern ist das hier ein Streik oder was ich hab euch nicht erlaubt eine Erwerkschaft zu gründen kann ja wohl nicht wahr sein der hat sich grad mit der Hand vor ne sicht äh vor vor Kopf gehauen wa ach guck schon wieder warum will er sagen ich bin doof vielleicht ein bisschen aber mhm äh was brauchen wir noch Milch und Weizen nehmen wir auch gleich noch ein bisschen äh eine Farm hier Weizen kann man halt nur in diesem komischen Gebieten hier anbauen so dann dann Weizen Baumwolle hab ich noch gar nicht rausgefunden wo ich die anpflanzen kann ach ich seh schon wächst auf Oase und verbratte Erde ja gut da kommen wir bestimmt irgendwann mal hin ähm ein Lagerplatz das machen wir einfach hier so sieht das ein bisschen komisch aus mir aber egal so da kann Weizen rein zwar du nach da na dann Feuerwerk Milch dann machen wir eine Kuhfarbe hier machen wir die so wir nehmen so viele Kühe wie wir kriegen können Puh richtig die brauchen ein Ausgangslager mhm ist egal komm wir lassen einfach das Lagerfeuer da in der Mitte Milch 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 und du da rein äh kein Viehzüchter richtig Viehzüchter ja mal so mhm er hat keine andere Aufgabe der ist qualifiziert jetzt ja schön jetzt heißt es nur noch ein bisschen warten haben wir hier Landwirtschaft Level 5 wie gesagt die fangen dann halt auch an zu leveln äh sieht man glaube ich schon ich glaube die sind schon etwas höher geworden irgendwann sind die Kästen halt komplett voll und dann kann man die immer dafür nutzen das gute ist wenn man auf die nächste Insel weiterreist diese Einstellungen bleiben dann alle da muss man sich also weniger dann drum kümmern man muss es vielleicht immer wieder ein bisschen anpassen weil man braucht nicht auf allen Inseln das gleiche also ich könnte jetzt hier Massen an Holz zum Beispiel produzieren dann bräuchte ich auf der nächsten Insel äh kein Holz mehr das können wir eigentlich auch mal machen zumindest bei den Brettern wir machen einfach das Lager hier ein bisschen größer ja die bestört ja niemand und dann hoffe ich mal ach so der macht erst noch Steinblöcke na ist okay kann er auch machen solange irgendjemand auch Milch macht der muss erst noch die Kühe holen junge 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 und hier die müssen alles noch in die Lager transportieren sonst ähm ist das glaube ich nicht mit auf der nächsten Insel guck mal hier liegt auch noch was ich glaube ein Stückchen Stoff ist das ne ja Stoff genau und Werkzeuge liegen hier genau ich werde nochmal ein Lager machen wo alles rein kann können die nämlich Blumen und Werkzeuge und irgendwas da rein transportieren äh pass auf machen wir einfach hier so hin zack und dann sagen wir eben ey du kannst alle akzeptieren dann räumen die nämlich auch diesen ganzen kleinen Kram hier rein und die ganzen Blumen und ähm ja da liegt es nicht rum und vor allem wir haben es wie gesagt dann mit in unserem Schiffchen wenn wir auf die nächste Insel übersiedeln die Schweine gehören uns inzwischen auch alle Kühe sieht grad noch äh ja wir können 13 Kühe theoretisch äh da drin halten macht er aber irgendwie nicht frag mich nicht warum kann ich dir nicht beantworten er würde uns jetzt vorschlagen noch dass wir die Holzteile schon mal anfangen das wäre auch mit der Basiswerkstatt glaube ich aus Holzbrettern also theoretisch muss man hier einfach noch eine Basiswerkstatt eine Basiswerkstatt wieder ran machen unten nochmal ein Ausgangslager und dann hier die Holzbretter in die ihr wisst schon dann war noch eine Farm eine Bäckerei eine Brauerei ja Bäckerei ist klar da wird Weizen und Wasser hat Brot gemacht äh Brauerei wird Bier Tee und ach da steht es ja auch mit Schuppenmilch gemacht ach genau in der Bäckerei soweit war ich noch nicht weil noch Erdbeerddonuts und Essensboxen gemacht aber die Essensboxen die waren glaube ich sehr sehr aufwendig da war glaube ich Brot drin und äh Tomaten und der Erdbeerddonut und ja Tee ist einfach war nur Wasser und Blütenblätter Bier ist klar Weizen und Wasser und Schokomilch wird dann sicherlich äh Milch und Kakaobohnen sein und Textilarbeitsplatz haben wir auch noch Lass den mal so weit raushub manchmal Ups ne alles ok ich dachte gerade hab ne falsche Taste gedrückt ich war kurz äh ich war kurz äh abwesend ja Milch ne toll klappt ja super mit der Milch können wir vielleicht noch einen Farmer hier einstellen ähm warte mal wir sagen ihm mal äh ey wieso wieso kann ich denn die Weide nicht auf Priorität setzen also ich kann hier zum Beispiel warte mal hier das kann ich priorisieren genauso wie den Brunnen zum Beispiel also nehmen wir mal an wir würden hier wahrscheinlich äh dem Brunnenmeister unserem Wassermeister dann auch eine andere Aufgabe geben wir transportieren in dem Sinne sei der transportiert oder Brunnen äh Brunnen macht das glaube ich im Moment beides gleichzeitig wir wollen aber dass der Brunnen immer Priorität 1 hat dann sollen noch andere Leute irgendwas schleppen Hauptsache er macht Wasser und die Leute verdursten nicht genauso würde ich das eigentlich auch mit der Farm machen und mit na der Farm und mit der Farm also gerade was Nahrung und Wasser betrifft würde ich da immer die Priorität sehr sehr hochsetzen das kann nicht verkehrt sein na guck mal die lagern hier schon Holz ein weil sie nirgendwo mehr Platz hat was haben wir hier noch also zwei Schwerter irgendwo haben wir so ein Holzteil gefunden jede Menge Blüten da ist voll hier macht keiner was da macht keiner was haben wir noch Arbeitslose äh hier war genau untätige Kolonisten null heißt wir haben also keine Arbeitslosen was ja eigentlich ganz gut ist zugewiesene Jobs 0 von 0 Kämpfern 0 von 1 Bauern 3 aberntert warte mal warte mal links ist die Zahl die wahrscheinlich gerade nichts macht oder die gerade arbeitet und rechts ist die Zahl die wir zugewiesen haben wa ich denke das ist die Landwirtschaft 2 Farmer die arbeiten dauerhaft das ok Viehzucht muss noch irgendwie mal einen Viehzüchter einstellen haben wir denn noch einen der nichts weiter zu tun hat er hier ne den nehmen wir und und du wirst auch Viehzüchter hier ist zwar kein Kästchen drin aber ich glaube das geht trotzdem irgendwann müsste so ein ganz kleines kommen wie das da und dann wird das so größer und dann wird das noch größer und dann wird das naja bis das ganz ausgefüllt ist komm da ist alles voller Kühe ich mach die Weide gleich um die Kühe rum dann sollen wir mal gucken guck mal hier einfach zack hu sind die jetzt alle da drinnen nein 40 ok machen wir nicht machen wir wieder weg das ist jetzt doof dann ist Lagerfeuer weg und die Scheune äh die da ist an der Scheune wa Piggy Scheune ja da können sich die Tiere nämlich drinnen ausruhen sollen sie aber nicht die sollen Milch machen Milch macht müde Männer munter pass mal auf die Tierfarmer wo seid ihr hin ihr dürft nichts transportieren abgelehnt abgelehnt und abgelehnt ihr macht jetzt bitte Kühe ich möchte Milch haben kann doch nicht so schwer sein eigentlich hätte ich gerne noch jemanden an der Basiswerkstatt dass wir noch ein paar Bretter machen obwohl hier müsste gleich voll sein und dann ist das auch egal hm hm muh muh Waren die nicht vor noch Schafe? die haben noch gemäht da hinten sind sie mäh ihr Schafe große mehr mäh mä wir können zum Beispiel auch sagen äh, ja würde ich nicht dorthin Holz darüber die trabe würden jetzt auch nur holz hier übertragen weil er dieses ding hier nur holz an das später auf der auf der nächsten insel ist das dann ganz praktisch weil wie gesagt das alles aufgebaut haben wird abgerissen also automatisch und landet in dem boot mit dem ganzen zeug kommen dann auch nächsten auf der nächsten insel an und können wir einfach immer kleine lager machen hier ganz kleine und können wir sagen pass auf da mal steine rein da mal holz rein und dann machen wir immer vom hier oder nach hier nach da da können wir uns ausbreiten wie wir möchten erst mal sofort auf der nächsten insel ein bisschen vom schiff leben jetzt macht doch mal so dumme kuh hierin ich habe doch angeklickt oder milch alle 120 sekunden naja los mach ist das milch milch wir haben eine milch die hatten wir schon oder tier nicht gezählt da war das nicht auch gerade wieder frei oder ja mit denen Geld ist durch Zufall nur da drinnen weil 0 von 13 22 Menno. Der hat doch nichts weiter zu tun, außer Kühe melken. Oder geht das nicht? Wir lesen mal da unten. Kolonisten wählen automatisch und bestmögliche Werkzeuge für ihre zugewiesenen Aufgaben aus. Ja, ist okay. Zone. Eine Zone zugelassen und verbieten. Ja, kommen wir später vielleicht nochmal zu. Aufgaben und Werkstätten. Umschalten und aktiv und inaktiv Quadratgröße. Bla, bla, bla. Na gut, dann erkläre ich noch ein paar andere Sachen, die ich schon mal rausgefunden hatte, als ich andere Welten gespielt habe. Und zwar, wir können den einzelnen Kolonisten nicht nur hier Aufgaben und Werkstätten geben, sondern wir können ihnen auch Zonen zuweisen. In dem Fall wollen wir erstmal, dass sie überall laufen, sonst haben wir gleich ein Problem. Hier sehen wir das Werkzeug, was wir in der Hand haben. Im Moment gar nichts. Na gut, das sind Schweine. Die haben auch nichts. Warte, ihr dürft auch überall laufen. Ups. Ja, so ist richtig. Ähm, so. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Lagerfeuer nehmen, und sagen, pass mal auf, hier ist gelb. Und hier ist auch gelb. Ne? Dann haben wir hier eine gelbe Zone. Und wenn wir dann, oder unsere Farmer, die Farmer, dann sagen wir dem, du darfst nur, ne, du darfst nur in gelb arbeiten zum Beispiel. Und der andere meinetwegen nur in Rot. Der eine würde jetzt nur hier rumlaufen und der andere in allen anderen Gebieten, ne? Jetzt kann man später wunderbar, irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Produktionsorte etablieren, weil es gibt später auch noch, hier Straßenwerkzeug und Fließbandwerkzeug. Es gibt Förderbänder. Es gibt Erzminen und Hochöfen und etc. Ich sag ja, es ist ein wenig Faktorium mit bei. Von daher fand ich das Spiel sehr interessant. Soll ich mal auch mit einem Facepalm hier. Ja, okay, wir machen die Zone erstmal wieder weg. Ach ja, ist ungünstig gerade gewesen, weil, deswegen. So, jetzt darf er wieder überall laufen. Was gab's noch? Ja, ich glaub, viel mehr kann ich auf der ersten Insel nicht zeigen. Aber wir versuchen mal, Schweine zu halten und Schafe. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Wolle. Dann kommen hier jetzt mal Schweine rein. Und daneben ein paar Schäfchen. Wobei die Schäfchen noch eine Ausgabestelle braucht, aber auch einen Lagerplatz. Denn Schafe haben Wolle. Äh, ein Scham. Wolle. So, mal gucken, was passiert. Jetzt mach doch mal hier ein bisschen Paletti. Inventar. Oh, cool. Das hab ich noch nicht gefunden gehabt. Ja, das scheinen alle Dinge zu sein, die es in dem Spiel gibt. Inklusive Schussladung. Können wir auch ausschalten. Ja gut, da ist eh nichts drin. Äh, Tomaten. Ja, hier Zeugs halt, ne? Gemahnes Eisen, Eisenrohling, Eisenschaufel, Schienenteile, Ölfässer. Es gibt schon ein bisschen was. Was haben wir noch? Nachrichtenlog, zeigt frühere Meldung an. Spiel gespeichert. Tolle Meldung. Achso. Speichert, Basewerkstatt, bla bla bla. Na, ich muss wieder aufklicken. Empfehlung, hätte ich mir mal ausmachen, brauchen wir erstmal nicht. Produktionsziel, äh, ja, wir brauchen Milch. Danke, weiß ich auch, dazu bräuchte ich mal Kühe. Aber die machen nichts. Vielleicht muss ich speichern und nochmal schließen und neu starten, oder? Ich könnte mal gucken. Wir haben ja jetzt so die grundlegenden Dinge erstmal gespielt. Ich könnte gucken, ob ich meine andere Kampagne nochmal weiter fortführen kann, weil da lief es ja ein bisschen besser. Ähm, wie war das hier? Richtig, Escape. Speichern. Äh, ich glaube, Große Insel war meine letzte, 25.08. war das heute für ihn. Äh, warte, warte, warte. Ah, heute ist der 30.08. Genau. Ähm, dann speichern wir hier erstmal, warte mal, das ist das. Buch. die Stream-Insel. Speichern. Safety first, speichern zuerst. So, und dann machen wir, können wir jetzt hier Laden machen? Ah, ne, wollte ich nicht, wollte diese dort. Dimmtsam. Okay, ich mach mal Doppelschlick. Okay, bleibt nicht grün markiert, aber hier unten steht die große Insel. Ich drück mal auf Laden. Spiel gespeichert. Ja, top, danke. Laden. Wir gucken mal. Äh, ja, ne, das was haben wir. Okay, alt drücken, muss ich auch mal ausprobieren. Na, komm. Eine Taste drücken, um loszulegen. Hab ich getan. So, hier, ja, hier muss die schon, ist ja die ist ein bisschen größer, die Insel. Ähm, klar, ich hab jetzt hier gerade auch nur die grundlegenden Sachen, aber, auf unserem Schiff ist auch nicht mehr so viel. Wo ist alles hin? Gibt's wenigstens da eine Weltkarte? Ich wollte euch gerne mal was zeigen. Hä? Ne, das war doch nicht. Warte mal, mein Fehler. Ähm, ne, 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 ne. Das war 20 Uhr 3. Wann hab ich denn das andere gespielt? 13 Uhr 2, 16. Was muss das gewesen sein? Komm, wir hauen mal die rein. Ich find schon noch was, um euch was zu zeigen. Keine Sorge. Wenn die zu doof sind, da die Kühe zu fangen und Milch, äh, abzuzapfen. Ja, das sieht mir hier anders aus. Nein. Guck mal hier, äh, das Boot ist noch jede Menge voll. Hier ist noch 213 Mal Ton drin, 179, äh, aber ich seh gerade, ich, ja, Holzteile. Verdammt, die Karte hatte ich schon fertig gemacht. Ähm, ja, hier wird aus Stein, werden hier die Steine gemacht, also die, 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 äh, wie heißen sie? Steinblock, dann wird daraus ein Steinrohling gemacht. Ähm, gut, die Werkzeugproduktion war hier jetzt noch nicht mit dabei. Hier ist die Holzverarbeitung. Nahrung, Nahrung, hier so ein paar Wasser, Reservoirs zwischendurch. Was war dat? Ach ja, Tee und hier war, glaube ich, Bier, ne? Bier, genau. Ähm, ich wollte eigentlich mal in die andere Welt, wo eh nicht da hin, aber hier haben wir schon ein paar mehr Leute und jede Menge Schweine, wie man sieht. Äh, warte, warte, warte. Welchen habe ich denn gerade geladen gehabt? Äh, komm, ich mach mal einfach nochmal den hier, den 20. Steht da irgendwas? Werte Mods? Nö, keine Ahnung. Oh, wir sind bei drei Zuschauern angekommen. Hallihallo. Da kam ein Neuzugang. Ja, du bist gemeint. Die anderen beiden waren schon vor dir da. Genau, das ist die andere Karte, die ich gerade gespielt hatte, wo ich dann, uh, nicht mehr weiterkam, weil ich kein, hier, Schokomilch. Dann können wir die nochmal schnell machen. So, wie habe ich das gemacht vorhin? Was habe ich gesagt? In der Baumfarm, ne? Dann bauen wir hier nochmal schnell eine Baumfarm hin. Könnte ich die hier auch aufmachen? Dann könnte ich wahrscheinlich Baumwolle machen. Ui. Komm, wir machen hier hinten. Ja, das ist okay. Kakaobaum. Dann, Lagerplatz machen wir mal hier für Holz einfach. Und guck mal, wir haben sogar Nielpferde. Da fehlt ein Lagerfeuer. Hier auch nochmal Lagerplatz. Hier kommt, ähm, ja. Kein Ausgangslager. Einmal da hin und einmal da hin. Ungeeigneter Boden. Brrr, das sagt er mir jetzt. Aber was braucht der für einen Boden? Verbrannte Erde oder Oase? Ist dat ne Oase? Ist dat verbrannte Erde? Kommt der Probeik aus, warte. Äh, Baumschule. Äh. Kakaobaum, geht dat? Kein Ausgangslager. Jo, dat geht. Alles klar, dat ist ne Oase. Gut zu wissen. Da kann man also Kakao anpflanzen. Dann kann der schon mal weg und, ne, der auch. Und dieses, jenes welches. Holzscheit und Kakaobohnen. Mh, nein. Kein Kakao. Der Kakao soll nämlich dort hinein. Genau. Hier Kakao und hier. Na, sag mal. Da Kakao und da Holz. Ja, jetzt haben wir es. So. Äh, wir können die Farben gleich mal ein bisschen größer machen, weil zwei Bäumchen, damit kommen wir glaube ich nicht weit. Ähm, Baumschule. Wir müssen erstmal noch hier ein großes Leuchtfeuer machen und zwar machen wir das einfach mal gleich hier hin. Das sollte bis dahin passen. Wir machen hier ringsrum überall kommt hier Kakaobäume hin. Das zählt nicht mehr zusammen. Das wollen wir wieder abreißen. Ähm, da. So, sieht nicht schön aus, ne? Aber wir müssen natürlich gucken, äh, was uns da zur Verfügung steht. Nein, das war falsch und da hat man auch gleich gemerkt. So. Äh, da. Schön. Steinlager ist noch Platz. Was denn das? Was bist du? Kupferblock? Stimmt, da war die Insel mit denen, wo ich die ersten Mineralien sozusagen gesammelt habe. Oh, da fällt mir ein. Milch und Kakaobäume. Wir brauchen Milch. Gibt's hier Kühe? Oder haben wir Milch im, im, im Schiff? Der fängt hier auch schon mal an zu ruckeln. Milch, 113, alles klar. Okay. Ja, leider, wenn man das Spiel ne Weile länger spielt, dann fängt's an zu ruckeln. Meistens hilft einfach speichern, äh, spielen neu starten und dann ist wieder gut. Das ist grad noch harmlos, hier so ein bisschen. tak, 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 tak. Aber irgendwann hatte ich auch, dass die Männe kicken, alle drei Sekunden kurz stehen geblieben sind. Warum ist die Musik sogar rumstockelt, weiß ich nicht. Das ist echt neu. Wir machen mal normale Geschwindigkeit. Ja, läuft besser. So, wir wollten, da kommt der Kakao hin. Weißt du, wir machen hier oben die, war es ne Brauerei? Okay, hier. Eine Brauerei. Da stand's ja schon. Reicht eine? Klar. Muss. Ähm, dann ein Lager. Da rein. Und tun wir mal das da. Und dann machen wir noch einen Lagerplatz gleich daneben, wo die Milch reinkommt. So, jetzt gibt's das. Das, was geht da hin? Schokomilch. Ähm, Wasser. Und hier kommt Kakao hin. Nicht Kakaobohnen. Schokomilch hieß das, genau. Schokomilch. Da ist er. Top, das läuft. Jetzt müssen wir nur noch sagen, schade ist das Boot nicht bewegen können. Wir hätten gern hier noch Zeugs drin. Jetzt machen wir wieder schnell. Ist ja wie. Und schon ist die Musik wieder weg. Okay. Scheint an der Geschwindigkeit zu liegen. Aber wir sehen halt, ne, die räumen jetzt wie die Bekloppten erstmal Milch da hinten rein. Und was okay ist. Hey, weiß ich, was ich nachher weiterspielen kann. Aber ich dachte ja, dass der Spielstand hier kaputt ist. Kann ich mich wenigstens fürs nächste Mal schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Falls ihr denn Interesse habt, dass ich dieses Spiel weiterspiele. Oh, da hat uns jemand verlassen. Wir sind nur noch zu zweit. Also mit mir zu dritt. Aber trotzdem. Lasst mich nicht alleine. Ich bin da so einsam hier. Und draußen ist es schon dunkel. Da ist noch ein bisschen Platz. Da könnten wir auch noch Kakaobäume anbauen. Zählt das als verbrannte Fläche? Ich würde das gerne mal testen. Ne, da kann ich gar keine Farben bauen. Oh, da ist das hier verbrannte Fläche. Kann ich hier Baumwolle machen? Weiß nicht. Wir gucken mal. Das ist verbrannte Fläche. Alles klar, da kann ich nämlich hier. Ah ne, Baumwolle war ja das andere. Boah, da bin ich nur am schwitzen. Entschuldigung, bin grad gegen das Mikroel gekommen. Okay, so sieht also eine verbrannte Fläche aus. Eine verbrannte Erde. Können wir die nochmal abreißen. Also wir könnten hier theoretisch eine etwas größere Kakaoplantage hinbauen, aber das ist erstmal okay. So, hier mal bitte Priorität hoch. Und dann brauchen wir noch einen Braumeister. Basiswerkstatt, Textilien, Bäckerei, Brauerei. Wer hat denn hier noch nichts zu tun? Wer, wer, wer macht denn diese doppelbildliche? Wer war denn das? Das sind Dinge, die habe ich noch gar nicht gebaut. Wieso sollte ich hier, warum sollte ich für eine Roboterwerkstatt schon Leute einstellen? Was ist denn für ein Blödsinn? Metallwerkstatt, ich habe noch kein Metall. Das war ich nicht. Eine Erzhütte. Ich muss noch nichts verhütten. Leck mich doch. Mach ich hier nicht alle fünf Seiten nochmal durch. Was wollte ich machen? Ich wollte noch eine Brauerei, einen Braumeister einstellen. Upgrade-Werkstatt, habe ich die hier im Moment? Weiß ich nicht. Hier ist ein Ofen. Wieso arbeitet der? Der ist ein Krieger. Brauerei, perfekt. Hier nichts mit Ofen. Habe ich schon einen Ofen gebaut? Doch stimmt, ich brauche Holzkohle, wa? Ja. Okay. Kein Kolonist zugewiesen. Ja, den habe ich gerade aus Versehen weggemacht. Du bist der Ofen. Brauerei, ja, den habe ich gerade dahin gemacht, wa? Upgrade-Werkstatt. Ich glaube, der ist der Tierfarmer. Ja, hier kommen ganz so noch Ofen mitmachende bei Erzhütte. Da ist Ofen. Jo. Ach, das ist cool. Guck mal. Wenn keiner dran ist, dann leuchtet es sogar rot. Packer. Oh, oh, oder ein Hacker, besser gesagt. Bin der Nienerhacker. Hacker. Haben wir schon? Ja, haben wir schon Kakao. Ja, hey. Ich meine Schokomilch. Stimmt nicht. Wir haben Kakaobohnen. Schokomilch kommt da hin. Hast du denn alles, was du brauchst? Zumindest meckert der nicht. Keine Eingangsgüter. Aber, 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 da sind doch, aber, aber ist doch alles da? Schokomilch. Braucht zweimal Milch? Ist hier Wasser drin? Idiot. Martin, du bist ein Idiot. Milch. Nicht Wasser. Milch. Das ist so schwer. Wie kriegt denn so Wasser da raus? Ähm... Lagerplatz. Komm, machen wir einfach hier neben. Und zwar kommt hier jetzt Wasser hin. Hat aber auch niemand von euch übergepasst, wa? Als ich hier von Wasser angeklickt hab, da hätte Milch in den Must. Mhm. So, da bitte Wasser rein. Und das kann erstmal noch so bleiben. Genau, weil ich hier hoffentlich dann Milch da rein bringe. Du siehst aus wie Milch. Was sind das für Dinger? Lissi. Ein Pfennig. Okay. Was kann ich mit einem Pfennig machen? Wie heißen alle Lissi? Ein... süßes, jagendes, lebendes in der Wüste? Irgendwie sowas? Ja! Ich hab die Ressourcenziele erreicht. Wir können hier aber noch ein bisschen weiterspielen und können noch ein bisschen auf Vorrat bauen. Jetzt legt er los hier. Jetzt hat er alles. Jetzt hat er Milch, jetzt hat er Kakao. Jetzt gibt's kein Halten mehr. Die brauchen Häuser? Wir brauchen die Häuser. Ach, das sind die Schweine. Ja, das stört mich auch noch so ein bisschen, dass die Schweine halt nach Häusern rufen. Also ich weiß nicht, ob denen geholfen ist, wenn ich davon einfach ein paar mehr Bedinger baue. Hier, ein paar Scheunen. Äh, also sowas hier. Weil da passen auch vier Schweine halt rein. Wie viele Schweine haben wir denn hier? Das sind halt eine Menge Schweine, ne? Äh, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn. Achtzehn Schweine habe ich. Uh, und hoffentlich pfeifen die nicht. So, das Film scheint auch noch zu laufen, aber nicht mehr sehr lange. Ich bereite mich da auch langsam schon auf den, äh, aufs Ende vor. Ein Stimmchen reicht ja. erst mal, ne? Wie gesagt auch ich, war heute arbeiten. Mein Wecker klingelte um vier, da musste ich um halb fünf loslaufen, dass ich um fünf am Bahnhof war und dann war ich endlich um halb sieben auf Arbeit. Ja. Hier kommt noch ein bisschen Holz rein, ist okay. Genau, der macht Brot. Aber der schafft es gar nicht, Brot auf Vorrat zu machen. Und hier macht es genau so richtig. Die fressen wie die Bekloppten. Da habe ich schon gesagt, dass die Kolonisten nicht verhungern können und nicht sterben können. Moment. Selbst bei Kämpfen. Es gibt nämlich dann später noch Kämpfe. Selbst wenn die im Kampf besied werden, dann gehen die kurz nach Hause, ruhen sich aus und gehen dann wieder zum Kampf. Das ist ganz lustig. Ja. Du hast alle Missionsziele erfüllt. Du kannst auf dieser Karte weiterspielen und einen neuen Spiel starten. Ja, machen wir doch bald. Die trinken den Kakao, die Schweine. Also nicht... Doch, die Schweine. Also wirklich die Schweine. Was fällt euch ein? Ich meine, wir haben alles erreicht, davon abgesehen. Pass auf, gleich kommt hier ein Schwein an und schlürft den weg. Kleine Leckermäulchen, wa? Oh, da kommt hier so ein Nilpferd. Drei, vier... Da guckst du dir einfach an. Die Schweine saufen die Schokomilch. Das ist doch nicht zu fassen, ey. Wo kommen wir denn da hin? Wenn nicht jeder machen würde. Er pennt hier. Bist du für einer? Lass dich doch mal anklicken. Du bist nicht. Er ist ein Baumeister. Oh, unten Erzverhütter. Unten... Ja, hab ich doch alles noch nicht. Wobei sind die Level, die er da schon hat, ne? Level 5, Level 4, Level 5, Level 2. Oh ja. Irgendwann habe ich die alle auf Maximum. In jedem Job, in jeder Aufgabe, alles was es gibt. Die sind alle universell einsetzbar. Dann klicke ich die einfach alle komplett durch und dann soll die sich selber aussuchen, wer wo arbeitet. Ist mir doch dann egal. Okay, ich würde sagen, wir verlassen die Insel und beenden damit dann auch den Stream. Level 5. Ja. Oder soll ich noch ein paar Scheunen bauen? Nee. Es reicht. Machen wir kurz hier nochmal normale Geschwindigkeit, dass die Musik noch ein bisschen weiterläuft. Dann können wir noch ein bisschen ausklingen lassen. Meine Aufnahme hat auch vernünftig funktioniert. Aber wird schon. Wenn nicht, dann muss ich die Aufnahme hier bei YouTube direkt veröffentlichen. Das Streamte kann man ja auch veröffentlichen lassen. Aber ich habe lieber die Aufnahme, die ich noch zurecht schnibbeln kann und selber hochladen und dann habe ich es auch auf der Festplatte für was weiß ich, um mal meinen Enkelkindern zu zeigen. Keine Ahnung. Wann sind die langsam, wenn man auf einfache Stufe spielt? Okay. Speichern trotzdem nochmal. Großeinsel, Streaminsel. Ich nenne es mal. Das ist die private Kampagne, wo wir die sicherlich auch später mal im Stream weiterspielen können. Private Kampagne. Ich glaube, du schreibt Kampagne, oder? Kampagne. Könnte sein. Jeweils nicht mit mir, oder? Wir lassen so. Ist meine eigene Schreibweise. Wird schon schlimm. Ja. Gut. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuschauen. Und ich bedanke mich ganz doll bei Christian, weil Christian so wunderschön im Chat geschrieben hat. Ja. Wird euch alle ein Beispiel dran nehmen. Es ist noch also ein wunderschönen Freitagabend. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Dir, lieber Christian, wünsche ich morgen, naja, viel Spaß mit dem Arbeiten, kann man nicht sagen, aber dass es schnell vorbei ist, Dass du schön schnell zu Hause bist und dann die Beine schon hochlegen kannst. Oder an See fahren oder was auch immer du machen möchtest. Produktionsübersicht. Ui, was ist das denn? Kann durch Abbauen entfernt werden. Ja. Ist klar. Ähm, was? Okay. Hier gibt es viele, viele Dinge. Ein weißer Skarabeos. Ist ganz wichtig. Mögliche Jobs. Kampf. Aggressiv. Nun gut. Scheinen alle schon weg zu sein, wa? Alleine schlafen. Also. Dann, äh, bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht genau, wann der nächste Stream kommt. Es könnte sogar sein, dass der nächste Stream dann auf Twitch kommt und nicht mehr auf YouTube. Weil, äh, ja, ich finde es echt furchtbar, auf YouTube zu streamen. Also, bis ich dann mal alle Einstellungen gefunden habe und bis es dann endlich läuft. Dios mio. Mein, mein Twitch-Channel-Name ist übrigens auf meiner Internetseite, glaube ich, verlinkt. Habe ich das gemacht? Doch, ich glaube schon. Auf www.madde.tv einfach mal draufgehen und, äh, rumklicken. Erkundet die Welt. Also, meine, meine Welt, ne? Gut. Dann, bis zum nächsten Mal. Ich, äh, wie gesagt, ne? Schönen Wochenende und erholt euch. Der Montag steht bald wieder vor der Tür. War die Maus? Ne, war die richtige Maus. Ich wollte ja den Stream beenden. Äh, Endstream. Sind Sie sicher, dass Sie den Stream beenden möchten? Janis bin ich, sonst hätte ich mich nicht verabschiedet und hätte auch nicht draufgeflickt. Na dann, Tschüssikowski. Tschüss.